Ja, moin moin. Schauen wir auf den 24. Spieltag doch zuerst zurück. Und ja, ich war doch letztes Mal gar nicht so übel. 19.65 Quotenpunkte geschafft. 8 von 9 Spiele richtig tendiert. Ja, das kann sich sehen lassen. Den Woody geschlagen, der hatte nur eine 6.35 und tadaa. Ich bin ausnahmsweise mal auf der 1. Das war nicht abzusehen nach den zwei schlechten Wochenenden davor. Aber gut, ich nehme es gern an. Auf der 2 haben wir ebenfalls mit einem sehr guten Wert Karma Sherab. 17.4.0 hat er geschafft. Er hatte 7 von 9 richtig. Auch sehr gut. Glückwunsch. Auf der 3 haben wir Sexy Anime mit 15.25. Auf der 4 ein Neuling. Glückwunsch auch für 15.10 von Timothy Tubas Love. Und auf der 5 haben wir Anime Senpai mit 15.05. Und gut, dann schauen wir mal in den nächsten Spieltag. Und da habe ich doch direkt vergessen, darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich auch diesmal alle gerne wieder mitmachen dürft. Und zwar da unten gibt es im angepinnten Kommentar die Copy-Paste-Vorlage. Ein paar Takte zum Regelwerk. Und ja, falls Fragen sind, gerne stellen. Ansonsten auch meine Bitte nochmal an alle teilnehmenden Personen. Rechnet eure, also meine Endabrechnung gerne nochmal nach, sodass da alles in Ordnung ist. Auch mir können mal Fehler passieren. Gut, hier haben wir die Quoten. Und wir beginnen mit der heutigen Abendpartie. Das ist Köln gegen Bochum. Ja, Köln wusste zu gefallen bei Union. Haben nur vergessen, Türchen zu erzielen. Hatten da durchaus Siegchancen. Alles im Griff gehabt. Und ich denke, heute Abend unter Flutlicht. Bei ein bisschen Schmuddelwetter. Könnt es doch mal wieder endlich ein Heimsieg geben. Ich tippe ein 3 zu 1. Ich denke mal, die Bochumer, die sind jetzt fällig. Kommen ganz gelegen. Schlechtester Auswärtsteam. Vor allen Dingen haben die echt komplett den Faden verloren. So die erste Letch-Euphorie. Die ist so ein bisschen dahin. Die müssen sich, glaube ich, neu formieren. Aber ich glaube, auswärts werden sie es nicht packen. Die Kölner haben alle Topscorer wieder dabei. Also ich denke mal, ein 3 zu 1 ist hier durchaus realistisch. Vielleicht auch nur ein 2 zu 0. Schauen wir mal. Der Wudi dazu sagt ebenfalls Köln-Sieg. Dann die Espartie am Samstag Hertha gegen Mainz. Ja, tue ich mich ein bisschen schwer. Die Mainzer sind wirklich top in Form. Und ja, die schnuppern da so ein bisschen an den internationalen Plätzen und können das eigentlich auch schaffen. Zeigen sich gerade wirklich als geschlossene Einheit. Die Rädchen greifen ineinander. Gerade daheim wirklich Top-Leistung. Aber Hertha muss jetzt auch mal wieder was bringen. Mehr als nun entschieden traue ich ihnen nicht zu. Ich denke mal, ein 1-1 ist aber realistisch. Hertha muss nächstes Wochenende dann nach Hoffenheim vor der Länderspielpause. Das ist dann erst recht ein 6-Punkte-Spiel. Ein Punkt gegen Mainz wäre schon mal ein Teilerfolg. Ich denke, mehr ist nicht drin. Vielleicht sogar wird es eine Niederlage. Aber ich nehme mir mal das 1 zu 1. War so mein erster Impuls. Der Wudi dazu sagt Auswärtssieg Mainz. Wie gesagt, nicht ganz ausgeschlossen. RB Leipzig gegen Gladbach. Da gehe ich auf die 1 und tippe ein 2 zu 1. Allerdings natürlich Leipzig ordentlich geschwächt vor dem schweren Spiel bei Manchester City. Darf natürlich nicht zu sehr in den Köpfen mitschwirren. Aber nach der Niederlage in Dortmund erwarte ich jetzt einen klaren Heimsieg. Beziehungsweise überhaupt den Dreier. Olmo-Schlager und Nkunku werden halt fehlen. Aber dennoch denke ich mal, genug gutes Personal vorhanden, um die Gladbacher zu schlagen. Die natürlich personell auch ein paar Probleme haben. Sippel wird wieder im Tor stehen. Benze Baini hat sich disqualifiziert für dieses Spiel. Und ja, Gladbach natürlich nicht einfach zu spielen. Offensiv sind sie auch stark. Aber die Abwehr von RB Leipzig dürfte da glaube ich schon auch wieder funktionieren. Nicht mehr als ein Tor zulassen. 2 zu 1, wie gesagt. Mein Tipp, der Wudi dazu. Ebenfalls der Heimsieg. Ups, ja. Dann haben wir die SGE gegen den VfB Stuttgart. Ja, und die Stuttgarter auswärts ist so eine Geschichte. Spielen eigentlich alle Spiele recht gut. Aber Frankfurt muss jetzt einen Heimsieg einfahren vor dem Spiel in Neapel. Die ganzen anderen Dinge auch ausblenden. Ist ja wirklich einiges im Gange. Und ja, 2 zu 1 gibt es einen knappen Heimsieg. Weil man spielt natürlich gegen Abstiegskandidaten. Und Kolomani kann sich nochmal richtig ausballern. Der wird ja in Neapel fehlen. Ja, muss ein Sieg her. 1,85 finde ich eine akzeptable Quote. Der Wudi dazu. Sagt Auswärtssieg Stuttgart. Gut, dann haben wir die Bayern gegen Augsburg. Und ich denke mal, die Bayern werden wieder vorlegen. Augsburg, kleines Derby. Aber daheim packen sie es eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, die nehmen den Schwung aus der Champions League mit. Freuen sich aufs nächste Los. Und ich denke, am Ende gibt es so ein 3 zu 0. Weil mittlerweile kann man auch sagen, der Licht macht sich langsam da als Abwehrchef. Und sie haben mittlerweile auch richtig Bock zu verteidigen. Hat man ja längere Zeit nicht mehr gesehen. Also 3 zu 0. Während des Spiels eine ordentliche Rotation. Ich denke, Augsburg wird da nicht wirklich was gegenhalten können. Deswegen nehme ich hier die kleine Quote mit. Der Wudi dazu. Geht auf ein Derby-Ergebnis. Also aufs X. Gut, dann haben wir den Klassiker. Das Derby schlechthin. Schalke gegen den BVB. Und BVB muss man halt mal gucken. Nicht nur in Chelsea verloren und aus der Champions League ausgeschieden. Auch Julian Brandt verloren. Beziehungsweise ist der Topscorer von denen. Zudem Adeyemi fehlt. Moukoku fehlt. Wer soll die Tore schießen? Und vor allen Dingen, ja, kriegt es Terzicin, die Jungs wieder aufzubauen? Ich meine, Champions League ist für solche Jungs schon wirklich immer eine große Sache. Und eigentlich so der Hauptanreiz. Das ist auf jeden Fall ja ein bisschen deprimierend für die Jungs. Und dann kommt Schalke daher. Längere Zeit ungeschlagen. Zwei Siege in petto. Und ja, sie sind frisch. Sie sind heiß. Ich glaube, es wird hier ein Derby-Resultat geben. Ich tippe auf ein 1 zu 1, weil, ja, könnte, die Abwehr könnte funktionieren. Kobel vielleicht wieder im Tor. Defensiv mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich frage mich wirklich, wer soll da Tore schießen? Schalke hat zuletzt richtig stark verteidigt. 1 zu 1. Also ein Dortmunder Tor wird es geben. Vielleicht trifft der Bülter wieder für Schalke. Ja, das X, vielleicht auch 0-0. Kann auch passieren. Der Rieh nimmt den BVB-Sieg. Gut, dann haben wir Freiburg gegen die TSG am Sonntag. Die erste Partie. Dort gehe ich erneut auf ein X. Und zwar aufs 1 zu 1. Ich denke mal, denke mir, Freiburg setzt die Serie fort. Die TSG muss auch mal wieder punkten. Gewinnen werden sie es nicht. Dafür muss der Prömel erst zurückkehren. Zudem ist natürlich der Baumgartner auch gesperrt. Und ja, bei Freiburg fehlt der Lienert. Das könnte sich dann ungefähr ausgleichen. Ich denke mal, ein 1 zu 1 ist hier wirklich realistisch. Das war schon auch ein bisschen anstrengend gegen Juve. Und das Rückspiel ist natürlich im Hinterkopf. Deswegen, ja, 1 zu 1. Das X der Wudi nimmt sogar den TSG sie. Dann haben wir Werder gegen Bayer Leverkusen. Zweite Sonntagspartie, da gehe ich auf den Auswärtssieg. Tippe ein 1 zu 2, weil Bayer Leverkusen schafft das gerade ganz gut mit der Rotation. Dann habe ich auch noch gesehen, international Palacios und Andrich waren ja eh gesperrt. Das heißt, der Mittelfeldmotor, der ist gut erholt. In der vorderen Reihe wird mittlerweile echt ganz gut rotiert. Der Alonso, der kriegt es da mittlerweile echt immer besser hin, guten Schwung in die Truppe zu kriegen. Alles gut dosiert. Bremen, ja, Weiser wahrscheinlich zurück in der Startelf. Wird ein Tor finden. Aber ich glaube, ja, Leverkusen setzt den Lauf fort. Bis Sonntag ist ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Das Team ist jung. Und vor allen Dingen, ja, das wirkt gerade wirklich sehr souverän. Sollten den Sieg einfahren. Der Wudi dazu. Er geht ebenfalls auf die 2. Dann haben wir die letzte Partie am Sonntag, die da ist. Wolfsburg gegen Union Berlin. Bei Wolfsburg fehlt Maxi Arnold, der Kapitän. Und ja, auch hier der Mittelfeldmotor. Könnte schwerwiegen. Kann allerdings halt auch ersetzt werden. Ich denke mal, Gila Bugi wird deswegen halt ins defensive Mittelfeld rutschen. Ja, ist ja auch wahrscheinlich oder glaube ich immer noch der Ersatzkapitän. Also die Truppe ist eingeschworen. Daheim eh stark. Gegen Union, ja, immer siegreich bisher daheim. Aber ich glaube, diesmal gibt es ein 1 zu 1. Union wird sich dagegen stemmen. Und ja, 1 zu 1 irgendwie erkämpfen. Euroleague müssen sie ausklammern. Sie wissen ja, in Belgien haben sie es schon mal geschafft. Also können sie ein bisschen beiseite schieben. Die Truppe ist intakt. Sind nahezu alle fit. Wird es auch wieder eine Rotation geben. Also ein 1 zu 1 halte ich hier für durchaus möglich. Der Wudi dazu. Nimmt ebenfalls das X. Gut, dann haben wir sie alle beisammen. Und jetzt seid ihr gefragt. Da unten gibt es Kommentarfelder. Ballert die voll. Und wir sehen uns, denke ich mal, Samstag früh mit einem Video. Weil ja, für heute habe ich jetzt nichts Tolles gefunden. Vielleicht gehe ich auf die über 1,5 Team-Tore Köln. Vielleicht sogar auf einen Handicap-Sieg. Vielleicht über 2,5 Tore im Spiel. Entspricht alles meinem Tipp. Also entscheidet selbst. Viel Spaß und bis morgen. Tschö.